Und dann geht es jetzt auch los, ihr Lieben. Also, ich habe ja schon erwähnt, heute wird es für mich ein Heimspiel. Ich bin ja vor drei Jahren ausgewandert und vor dreieinhalb Jahren oder vor dreieinviertel Jahren war ich zum ersten Mal auf Nordzypern und habe mich in diese Wohnanlage verliebt, die ich euch jetzt gleich zeige. Allerdings stand da noch so gut wie nichts. Das war eigentlich eine große grüne Wiese und es gab ein Showhouse. Und ich war eine der allerersten, die hier investiert haben. Und es ist nach wie vor, wir leben inzwischen selbst hier, Nicole, Maxi und ich, habt ja die zwei Damen an meiner Seite im Video schon gesehen. Es ist nach wie vor mein absolutes Favorite-Projekt. Also, wir sind jeden Tag happy und glücklich, dass wir hier leben dürfen. Es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben vier Bauphasen. Davon sind zwei komplett fertig. Die dritte ist gerade am Fertigwerden und die vierte wird Ende August fertig. Ja, hier seht ihr schon mal die Startpreise und zwar für Resales. Ich habe auch noch Einheiten vom Bauträger. Die sind aber wesentlich teurer als die Resales. Und ich habe im Resort, weil das ja so ein bisschen mein Zuhause ist, sehr, sehr viele Resales. Ich kenne hier natürlich so gut wie jeden und die kommen dann immer auf mich zu, wenn sie was verkaufen wollen. Viele haben am Anfang mehrere Einheiten gekauft und geben die jetzt teilweise eben wieder ab. Also, ich habe sehr, sehr viele richtig geile Resales im Resort. Das hier, was ihr hier in der Liste seht, sind jetzt nur einige Beispiele mit besonders guten Preisen. Also, die Startpreise liegen, gehen los bei 165.000 bei den One Plus Ones und bei 209.000 bei den Two Plus Ones. Und das, was hier als Beispiel das Two Plus One Garten Apartment für 209.000, genau das gleiche, aber in einer schlechteren Lage, kostet beim Bauträger aktuell 325.000. Nur, dass ihr mal den Preisunterschied schon mal im Hinterkopf habt von den Resales, die ich euch heute hier anbinden kann. Und die sind so gut wie alle komplett unbenutzt, unbewohnt. Die meisten werden erst noch fertig. Also, ist so, wie wenn das beim Bauträger kauft, nur wesentlich günstiger. Also, wer Geld sparen will, der darf heute mal ganz besonders gut aufpassen. Ja, wir sind also noch under construction, obwohl schon vieles fertig ist. Wie gesagt, wir leben schon seit anderthalb Jahren hier und die letzte Phase wird jetzt im August diesen Jahres fertig. Dann ist alles tuto completo. Dann kommt aber noch was drumherum. Dazu erzähle ich auch gleich noch was, aber ein anderer Bauträger. Als erstes schauen wir uns einmal ein Video an. Und zwar habe ich das heute noch mal ein bisschen neu zusammengeschnitten. Hier seht ihr die komplette Anlage, The Resort, schon auf dem Startbild. Mal ganz kurz, das hier links, ich hoffe, ihr seht meine Maus, das hier links, ist die Bauphase 2. Die ist fertig. Hier vorne mit dem blauen Pool sozusagen, das ist Bauphase 1. Die erstreckt sich bis hier hinten. Hier bin ich gerade in der Ecke sozusagen. Das ist unser Penthouse hier, das allerletzte. Also, das ist Bauphase 1. Hinter der Bauphase 1, nämlich hier, ist die Bauphase 3. Da habe ich besonders viele, besonders gute Angebote. Die ist gerade am Fertigwerden. Und hier kommt auch die Bauphase 4. Das ist die, die wirklich noch im Bau ist, wo der Pool jetzt gerade angelegt wird. Werdet ihr gleich alles im Video sehen. Und Fertigstellung, wie gesagt, Ende August diesen Jahres. So, ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Starten wir das Video. Das ist die, die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Nicole hat mir zwischendrin gesagt, dass man mich nicht hört, wenn der Ton läuft beim Video. Deswegen habe ich dann die Klappe gehalten. Wir spulen nochmal rückwärts. Ich erzähle euch so noch ein bisschen was. Also das war ja alles Bauphase 1 mit diesem großen Pool. Dann haben wir hier, das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt mein Nachbarspenthaus, was in der Vermietung ist. Aber die meisten Penthäuser hier sind gleich aufgebaut. Deswegen habe ich mal eins hier komplett reingenommen. Das sind immer 2 plus 1s, also zwei Schlafzimmer plus ein Wohnzimmer. Die Besonderheit beim Ressort ist, dass wir sehr großzügig sind. Also sowohl innerhalb der Räumlichkeiten. Die Penthäuser haben 100 Quadratmeter, was für ein 2 plus 1 echt groß ist. Also sehr großzügig innerhalb von den Räumlichkeiten, aber auch zwischen den Gebäuden. Das seht ihr nachher nochmal außen. Hier zum Beispiel zwischen den Gebäuden haben wir auch sehr viel Platz. Wir haben immer nur 5 Einheiten pro Gebäude. Und der Bauträger hat wirklich darauf geachtet, dass er sehr viel Privatsphäre hat. Das seht ihr nochmal bei den Penthäusern. Ich suche uns mal eins hier. Also schaut mal, das hier oben zum Beispiel ist ein Penthaus. Wir haben zwei Penthäuser nebeneinander. Ich muss jemand reinlassen. Und hier haben wir eine Terrasse, ebenerdig. Die ist 35 Quadratmeter, also schon sehr groß. Und von dieser Terrasse geht die Treppe rauf auf die Dachterrasse. Jetzt ist hier in der Mitte eine ganze Technik-Area, die frei ist. Also frei ist jetzt keine Dachterrasse, die zugänglich ist. Hier drüben ist erst wieder der Nachbar. Das ist natürlich super. Das heißt, du hast die komplette Dachterrasse mit den 50 Quadratmeter für dich alleine. Also kannst jetzt keinem Nachbarn die Hand reichen. Viel Privatsphäre. Wie gesagt, auch hier zwischen den Häusern ist immer viel Platz. Wir haben riesen Poollandschaften. Das ist hier Phase 3. Wir kriegen erst in Phase 3 ab morgen, glaube ich, Strom. Deswegen ist das Wasser aktuell so grün. Das haben sie schon mal reingelassen. Aber es wird noch nicht gereinigt und gefiltert mit den ganzen Punkten. Die laufen noch nicht. Aber es wird in den nächsten Tagen losgehen. Dann wird das natürlich auch blau. Also noch planschen wir da nicht, sondern wir gehen noch in die Phase 1 zum Planschen. Das ist Phase 4. Da haben sie jetzt gerade erst angefangen, den Pool zu bauen. Ich zeige euch nachher 3D-mäßig, wie der aussehen wird mit Wasserfällen und so weiter. Mit Brücken, mit einer Insel hier drin. Das ist riesig. Das sieht hier ziemlich klein aus. Aber es ist echt eine riesen Plus-Landschaft sozusagen, die entsteht. Hier in der Mitte kommt wieder eine große Insel rein, aber richtig groß. Hier hinten seht ihr wieder der Pool von Phase 1. Und natürlich kann man immer alles nutzen. Also wir haben am Ende vier riesen Poollandschaften. Und hier ist unser Spa-Center quasi mittendrin. Da gehen wir auch gleich noch ins Detail. Und das ist unser Beach-Club. Habe ich gestern gerade gefilmt. Der ist natürlich auch super geil. Du hast hier Gabanas. Du hast Liegestühle, Sonnenschirme. Hier gibt es Kajaks. Wir haben hier hinten eine Bar. Da machen sie zurzeit immer abends entweder Live-Musik hier vorne auf dem Rasen. Oder Fußball. Kannst natürlich gerade aktuell gucken. Hier haben wir ein tolles Restaurant auf den Felsen. mit super Blick auf den Sonnenuntergang. Also das ist natürlich echt cool, wenn du das alles vor Ort hast. Ja, schicker Beach. Hier oben ist der Ressort. Dann fährst du hier die Straße runter oder läufst runter zwei Minuten zu Fuß und bist halt hier an deinem eigenen Hausstrand. Es ist allerdings nicht der Privatstrand vom Ressort. Muss man dazu sagen. Es gibt ja keine Privatstrände. Das heißt, da kommen auch Leute von außerhalb hin. Und die Gemeinde hat diesen Strand jetzt übernommen. Dieses Jahr sind wir vom Ressort noch umsonst, wenn es jetzt um Liegestühle und sowas geht. Ansonsten müssen andere, die von außerhalb kommen, zahlen. Und ab nächstes Jahr müssen wir auch zahlen, wenn wir jetzt einen Liegestuhl oder so wollen. Also an den Strand kannst du natürlich auch so. Aber wenn du jetzt hier irgendwas nutzen möchtest, müssen auch die Ressortbewohner ab nächstem Jahr bezahlen. Entweder sechs Euro pro Zutritt pro Person oder wir Ressortbewohner können auch eine Pauschale 200 Pfund pro Jahr pro Haushalt bezahlen und können dann halt jederzeit dorthin. Jo, also das ist nochmal hier Pool Phase 1. Wie gesagt, der ist echt riesig. Wenn da Leute drin sind, dann sieht man immer erst mal, wie groß der ist. Und die anderen Phasen kriegen genauso große Pools. Ja, dann hier riesengroßer Fitnessraum, also auch echt groß. Indoorpool, Sauna, Hammam, Dampfbad, Massageräume. Tolle Masseusen aus Bali kann ich sehr empfehlen. Die massieren richtig gut. Eine Eisdusche haben wir noch. Dann haben wir sehr viele Behandlungsräume für Gesichtsbehandlungen. Manikür, Pettiküren, Friseur ist hier. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, nochmal der Beach Club und das Restaurant. Schöne Abendstimmung auch hier immer. Ihr habt hier vorne, wie gesagt, alles Fensterfront. Könnt ihr direkt die Sonne beim Untergehen beobachten. Okidoki, so viel zum Film. Schade, dass ihr mich nicht quatschen gehört habt dabei. Deswegen habe ich jetzt das anschließend nochmal so gemacht. Dann nochmal hier im Überblick. Das ist eine Drohnenaufnahme von gestern. Phase 2, wie gesagt, ist fertig. Da habe ich einige Resales. Phase 1 habe ich auch Resales, aber aktuell mit Vorsicht zu genießen, denn davor und auch hier dahinter, dahinter stört nicht, aber davor stört die erste Reihe schon, wird noch gebaut. Ich zeige euch das gleich von einem anderen Bauträger. Phase 4 habe ich noch Einheiten. Da sind hauptsächlich auch noch die vom Bauträger, die wesentlich teurer sind, obwohl es die gleichen Einheiten sind, wie zum Beispiel in Phase 3. Phase 3 ist so ein bisschen mein Liebling aktuell. Und da habe ich besonders viele sehr coole Resales. Hier seht ihr das Ganze nochmal von oben. Phase 1 hier geht bis hier hinten. Phase 3 ist dieses hier. Phase 4 und hier vorne Phase 2. Insgesamt um die 250 Wohneinheiten. Phase 1 war gestern. Phase 2. Phase 3 mit dem noch grünen Pool, der dann nächste Woche wahrscheinlich blau sein wird. Hier wird es einen Wasserfall geben, da wird es einen Zufluss geben mit Wasserfall. Und der ist lang, der sieht hier so klein aus. Der ist ungefähr 50 Meter lang, also nur, dass ihr die Größenverhältnisse einschätzen könnt. Ja, und hier ist das Gras. Das ist super schnell gewachsen, ist gerade erst gesät worden. Aber auch die Palmen und so, das ist ganz, ganz frisch. Die Bauphase wird gerade fertig. Müsst ihr euch vorstellen, in einem Jahr ist es ein ganzer Dschungel. Das wächst hier alles sehr, sehr schnell. Bauphase 4 nochmal. Wie gesagt, noch Under Construction. Beach Club. Und jetzt kommt die wichtige Info, drumherum, beziehungsweise davor und dahinter wird noch mehr gebaut von einem anderen Bauträger. Ich habe es ja schon öfter erzählt, wer schon mal in meinem Livestream war, der hat das mitbekommen. Guck mal, The Resort ist hier. Diese ganze Geschichte hier in der Mitte ist The Resort. Hier vorne kommt ein Wellnesshotel hin. Das kann man natürlich nutzen. Ja, da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen und was weiß ich, hast du nicht gesehen, Konferenzräume und so weiter. Dann haben sie hier die Residencies. Die Villen hier vorne zum Beispiel kosten schon über zwei Millionen. Also das wird eine Luxus- und Premium-Wohnanlage. Was ich geil finde, die werden hier einen beheizten Outdoor-Pool haben, einen sehr großen. Da werde ich mit Sicherheit auch reinspringen. Glaube nicht, dass das jemand kontrolliert. Also das geht ja alles so ein bisschen ineinander über. Und dann, jetzt kommt das ganz Spannende, hier vorne wird eine ganze neue Welt entstehen mit einem eigenen Hafen, mit diversen Restaurants, zum Beispiel hier und hier, mit einem Open-Air-Kino für Events, mit einer riesen Grünlandschaft. Hier diese ganze Park-Area, da wird es acht Kilometer Laufstrecke zum Beispiel geben mit kleinen Sitz-Areas und so weiter. Davon profitieren wir beim Ressort natürlich auch extrem. Alles, was die hier drum herum bauen. Sportplätze kommen hier hin, hier an so Richtung Straße, Shopping-Area, da wird es auch einen Supermarkt zum Beispiel geben. Dann haben wir hier einen Kaffee, dann einen Hobbygarten, ein eigenes Weinanbaugebiet ist geplant. Yoga-Area, Volleyball, unten kommt nochmal ein Beach hin mit Wassersport und einem Beach-Café. So, ich sage mal, drei Viertel der Sachen, die hier drumherum entstehen, können wir vom Ressort aus ganz normal zum gleichen Preis wie die eigenen Bewohner mit nutzen. Manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel Indoor-Facilities, müssten wir vom Ressort natürlich bezahlen. Also wenn wir jetzt ins Fitnessstudio von der anderen Wohnanlage wollen, logisch, müssen wir bezahlen. Aber die Restaurants, das Café, die ganzen Freizeitmöglichkeiten, Wassersport und so weiter, da zahlt natürlich jeder das Gleiche. Und das ist insofern gut, wenn man sagt, man möchte viel Infrastruktur. Für die erste Reihe hier vorne ist es ehrlich gesagt beschissen, weil uns wird was vor die Nase gebaut. Ich bin ja hier in der Ecke. Ich habe noch ein bisschen Glück, weil hier vorne ist ein bisschen frei. Vielleicht kann ich sogar hier durchschauen und ich kann auch hier schräg rüber schauen. Aber trotzdem, ich habe mir natürlich gewünscht, dass ich nur ins Grüne und aufs Meer schaue. Aber es ist anders gekommen. Aber gut, ich will jetzt nicht rumjammern. Und dann, für mich ist es doof, für die meisten, die jetzt noch nicht investiert sind oder die hier in der Bauphase 3 oder 4 sind zum Beispiel, ist es natürlich super. Weil die Bauphase 3 guckt sowieso jeweils nach innen Richtung Pool. Also an der Sicht wird es nichts ändern. Aber die Welt drumherum habt ihr ja trotzdem, von der ihr profitiert. Und es ist natürlich eine Riesenaufwertung für die ganze Gegend, vor allem mit dem Yachthafen. Und dadurch, dass das Projekt, was davor gebaut wird, sehr hochpreisig ist. Zum Beispiel habe ich hier ein Tuplas von Penthouse für 555, die Villa für über 2 Millionen und hier ein Bungalow für ungefähr 800.000. Nur mal, dass ihr so den Vergleich habt, wenn ich gleich die Preise vom Ressort aufrufe. Also für alle, außer für die erste Reihe, ist es eine große Aufwertung, das nochmal ein Ausblick auf den Yachthafen. Aber um dieses Projekt geht es heute nicht. Das habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt. Wer Interesse hieran hat, kann mich natürlich auch anfunken. Auch da habe ich gerade sehr, sehr interessante Einheiten wieder am Start. Gut, aber jetzt zurück zu The Resort. Fangen wir mal an, wie sind die ganzen Wohnungen aufgebaut? Also außer in Bauphase 1, da sind auch kleinere Einheiten, die klammern wir jetzt mal aus. Bauphase 2, außer in Bauphase 2, sorry. Bauphase 1, 3 und 4, da sind alle Objekte gleich. Nämlich jedes Haus hat 5 Wohnungen. 3 Gartenapartments, 1 an der Ecke, 1 in der Mitte, das ist hier doppelt sozusagen, also doppelte Glasfront. Und 1 an der Seite. Und oben sind 2 Penthäuser. Also hier ist die Mitte, einmal das rechte Penthouse mit Terrasse und Dachterrasse. Und wieder hier ist die Mitte, einmal das linke Penthouse mit Terrasse und Dachterrasse. In der Mitte hier oben drauf, wie gesagt, ist eine freie Fläche. Da ist die Technik Area, da sind also die Solarkollektoren und die Wassertanks. Und die Techniker haben einen Aufgang von außen, aber das ist nicht begehbar jetzt hier seitlich von den einzelnen Dachterrassen. Also so sind die Häuser aufgebaut, damit ihr das schon mal im Hinterkopf habt. Jetzt kommen erst mal ein paar Beispiele. Das ist jetzt zum Beispiel unser eigenes Penthouse. Hier stehe ich gerade, also im Nachbarzimmer. Da seht ihr schon mal die riesen Terrasse. Das habe ich mir extra anbauen lassen, ist normal nicht mit drin. Und das Fenster ist auch nicht mit drin. Ich zeige euch diese Nachbarwohnung. Das ist Standard sozusagen. Das ist das Penthouse neben uns, was ich gerade in der Vermietung habe. Also großes Wohnzimmer mit viel Fenstern. Einmal nach vorne raus, einmal zur Seite auf die Terrasse. Es sind drei Glasscheiben, die kannst du dreifach aufschieben von beiden Richtungen. Also egal, wie du möchtest. Du hast eine Riesenterrasse, das ist extrem selten auf Nordzypern. Meistens haben die ebenerdigen Terrassen nur so maximal 15 Quadratmeter. Hier haben wir 35, also echt groß. Und dann kommst du über die Treppe von der Terrasse aus ganz smart auf die Dachterrasse. Auch das ist sehr selten, denn meistens musst du erst aus der Haustür raus auf Nordzypern und hast dann eine geteilte Treppe mit den Nachbarn gemeinsam, um auf die Dachterrasse zu kommen. Und oben teilt es sich wieder. Das ist hier beim Resort tatsächlich mega, mega cool. Große Badezimmer. Bei den Penthäusern haben alle Badezimmer auch große Fenster. Große Küchen. Ihr seht, wir haben die Klimageräte hier in die Decke integriert. Hier hinten seht ihr es auch bei mir. Das sind die modernen VRF-Klimageräte. Die Elektrogeräte sind alle von Bosch. Die sind alle schon mit drin in der Resort. Und die Klimageräte auch. Also egal, was für Preise ich euch gleich nenne. Das hier ist die Standardausstattung. Auch diese Paneele gehören dazu. Das ist einfach nochmal so ein bisschen stylisch, ein bisschen was für die Optik. Dann haben wir das Wellness- und Spa-Center. Das sind jetzt alles schon echte Bilder. Bis vor kurzem hatte ich immer noch die 3D-Bilder. Aber jetzt habe ich das mal ausgetauscht. Unser Wellness- und Spa-Center. Da gibt es ein schönes Bistro. Sehr, sehr nice. Dann haben wir einen tollen Fitnessraum. Der ist echt groß. Der hat einen geilen Ausblick. Der hat eine riesen Terrasse nach vorne. Und da hat man echt viel Platz. Hier seht ihr nochmal Fitnessraum. Da kannst du auch die Fenster komplett aufschieben. Das finde ich immer so schön, wenn man schon Sportlinien macht, dass man trotzdem die frische Luft abbekommt. Dann das habt ihr im Video gesehen. Wir haben viele Beauty-Räumlichkeiten für Behandlungen. Wir haben Indoor-Pool, Sauna, Hammam, Dampfbad. Hier seht ihr nochmal den Beach mit dem Restaurant angrenzend. Auch alles direkt vor Ort. So, jetzt kommen ein paar Resale-Beispiele. Da zeige ich euch aber auch nochmal ein paar Videos. Und zwar, das haben wir schon gesehen. Jetzt haben wir einmal ein One-Plus-One-Garden-Apartment. Nur als Beispiel. Das ist eins von den Resales. In der Bauphase 2 habe ich ein 1-plus-1-Garden-Apartment für euch. An der Ecke, also beste Lage. Komplett ausgestattet mit der Küche, Elektrogeräte, Klimageräte, alles schon mit drin. Große Terrasse mit Blick auf den Garten und den Pool und sogar aufs Meer. Es gibt sehr viele Facilities, Indoor und Outdoor. Hier seht ihr die große Wohnfläche. Wir haben 50 Quadratmeter insgesamt. Küche komplett mit drin. Badezimmer mit Fenster. Schlafzimmer ebenfalls mit Zugang zur Terrasse. Und das Ganze ist ready to move in. Frisch fertiggestellt. Noch unbewohnt. Und hier nochmal unseren Beach-Club mit Restaurant und Liegemöglichkeiten. Bei Interesse gerne melden. Das 1-plus-1-Garden-Apartment hier hat auch schon alle Elektro- und Klimageräte mit drin. Mit dem Unterschied, dass die Klimageräte hier an der Wand hängen. Hier seht ihr einmal vom Wohnzimmer habt ihr einen Zugang auf die Terrasse und vom Schlafzimmer habt ihr auch einen Zugang zur Terrasse. Das ist super smart. Ich sage euch schon mal kurz den Preis. 165.000. Die Klimageräte in Phase 2 sind an der Wand. Nur in Phase 2, wo wir die kleineren Einheiten haben. Das ist ja wie gesagt ein One-plus-One hier. Dann habt ihr einen schönen Blick auf die Gartenlandschaft und den Pool. Also auch hier und die Berge natürlich im Hintergrund. Nicht zu vergessen. Super Ausblick. Habt auch sogar einen Meerblick hier rüber. Große Terrasse kann man tatsächlich sagen. Für einen One-plus-One eine mega große Terrasse. Und ihr habt hier bei dem Beispiel, ich habe ja wie gesagt mehrere, bei dem Beispiel habt ihr sogar eine Ecklage. Also das finde ich echt super. Der Preis wurde gerade reduziert. Ich habe ja gesagt, es gibt Leute, die jetzt schnell verkaufen wollen. Deswegen für Leute, die Interesse haben, jetzt günstig zu kaufen, ist es ein super Augenblick. Hier seht ihr Fenster im Badezimmer. Auch hier alles schon mit drin, was ihr im Bad seht natürlich. Einbauschränke und so weiter. Und ja, nochmal große Terrasse. Das ist eigentlich so das Highlight bei der ganzen Geschichte. Das braune hier unten sind übrigens Fliesen mit Holzoptik. Also es ist kein Holz, auch kein Parkett, sondern hochwertige Fliesen mit einer schönen Holzoptik, wie ich finde. Einbauschränke, wie gesagt, alle mit drin. Jo, das war es zu diesem Beispiel. Dann habe ich noch ein Beispiel. Okay, das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe viele Objekte in Bauphase 3, also unterschiedliche Penthäuser, aber auch Gartenapartments. Das sind jetzt zwei Penthäuser, die direkt nebeneinander sind. Und die habe ich beide zu einem super Special Preis von 300.000 jeweils, 300.000 britische Pfund. In The Resort Phase 3 habe ich einige 2 plus 1 Penthäuser vor euch, die gerade in der Fertigstellung sind und diese geniale Aussicht genießen. Große Terrasse, noch größere Dachterrasse mit 360 Grad Blick auf den Garten und auf die Poollandschaft. Es gibt sehr viele Facilities, Indoor und Outdoor. Und sowohl die Wohnungen mit 100 Quadratmetern als auch die riesigen Gartenlandschaften sind sehr großzügig angelegt. Es gibt zwei Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Das Ganze mit 3,20 Meter hohen Decken, integrierten Klimageräten. Alle Elektrogeräte gehören dazu, alle Einbauschränke. Tolle Aussicht von allen Räumlichkeiten. Also ein Penthouse, der Extraklasse und eine absolute Wohlfühloase. Und on top haben wir noch einen Beachclub mit Restaurant. Also das sind wirklich mega coole Penthäuser. Ich, wie gesagt, wohne selber oder wir wohnen selber in so einem. Deshalb ist das auch mein Liebling, diese Penthäuser. Jetzt kommen noch mal ein paar Fotos. Also das war das One Plus One Garden Apartment, was ich euch im ersten Video gezeigt habe eben. Von den beiden letzten hier dieses an der Ecke mit der großen Terrasse. One Plus One für 165. Gerade reduziert worden. Das ist fast Einkaufspreis. Also viel günstiger könnt ihr es in so einer Anlage mit diesen ganzen Facilities nicht kriegen. Und die sind groß. Die haben 50 Quadratmeter. Das ist für einen One Plus One ziemlich groß. Vor allem bei so einer großen eigenen Terrasse. Die Terrasse hat noch einen Ausgang hier unten in den Garten. Der Garten ist auf Nordzypern nie privat. Auch wenn der manchmal so aussieht, weil da so eine Hecke drum ist oder so. Das ist offiziell immer öffentlicher Bereich. Aber wenn ihr euch da eine Liege hinstellt, da wird sich kein anderer drauflegen. Also jeder denkt, das ist dein eigener Garten. So ist das hier in der Handhabung auf Nordzypern. Ja, so sieht es noch mal innen aus. Also alles ist fix und fertig zum Einziehen. Könnt ihr quasi morgen, wenn ihr bezahlt habt, mit dem Koffer und ein paar Möbeln kommen und direkt rein. Hier haben wir jetzt noch mal ein paar Bilder von außen. Von einem Penthouse, was ich im Angebot habe. Und zwar ist das ein One Plus One Penthouse. Da habe ich euch jetzt kein Video gezeigt. Das ist hier das mittlere. Auch sehr geil, weil das hat eine überdachte Terrasse. Das gibt es sehr selten. Ist aber auf Nordzypern Gold wert, weil tatsächlich, du möchtest meistens Schatten haben. Und oben auf der Dachterrasse hast du sowieso Sonne. Hier geht noch eine Treppe hoch auf die Dachterrasse. Deswegen ist man mit so einer festen Überdachung natürlich super gut aufgestellt. Vor allem, wenn es vielleicht auch mal regnet, dann hält es natürlich und du kannst ja trotzdem draußen sitzen. Ist ja trotzdem meistens warm. Das hier ist es an der Ecke. Ganz toller Ausblick hier auf die grüne Gartenlandschaft, auf die Berge, natürlich auch auf dem Pool. Hier haben wir noch mal ein paar Beispiele von innen. Komplett eingerichtet, komplett ausgestattet. Ganz toller Ausblick hier. Und wie gesagt, eine riesengroße Terrasse und natürlich oben zusätzlich auch Dachterrasse. Auch hier Klimagerät hängt an der Wand, weil es ist wieder Bauphase 2. Eins plus eins ist immer Bauphase 2. Kleinere Einheiten und Klimageräte an der Wand. Ansonsten aber auch sehr, sehr hochwertig. Gut, nächstes Beispiel. Jetzt springen wir in die Bauphase 3. Das ist die mit dem aktuell grünen Pool, der hoffentlich ab nächster Woche blau ist und auch zum Baden geeignet. Die ist, wie gesagt, ganz frisch angelegt. Deswegen ist der Garten noch nicht ganz so tropisch wie jetzt in Bauphase 1. Aber das geht sehr schnell. Dieses mittlere Gartenapartment habe ich beispielsweise, wie gesagt, ich zeige euch heute nur ein paar Beispiele. Ich habe noch viel mehr und zwar zum sensationellen Preis von 209.000. Vom Preis-Leistungsverhältnis ist das aktuell das Beste im Ressort und vielleicht sogar auf der Insel, was ich euch anbieten kann. Wie gesagt, regulärer Preis vom Bauträger 325. Also das ist schon mal ein Riesenunterschied. Dann schauen wir hier auch noch mal kurz nach innen. Da habe ich heute, wollte ich Bilder machen, hatte ich das Problem, dass ich nicht reingekommen bin, weil tatsächlich die Schiebetür, die ich eigentlich mal auflasse, die ist zu gewesen. Habe ich nur durchs Fenster rein fotografiert. Aber ihr seht zumindest die Farben, die Ausstattung. Hier haben wir jetzt die Klimageräte wieder integriert in der Decke. Auch hier haben wir wieder diese Dekorgeschichten. Das sind alle Elektrogeräte mit drin. Die Lampen übrigens sind auch schon alle mit drin. Und hier an der Wand haben wir eine sogenannte Paneele, nennt sich das. Das ist ganz cool. Es ist auch außen beleuchtet. Da kannst du dir deine schöne Beleuchtung außen anmachen. Weiter geht es mit 21,5. Das ist das Penthouse, was ich euch auch eben in dem zweiten von den kleinen Videos gezeigt habe. Auch hier ein super Preis. 300.000. Auch das wurde gerade runtergesetzt. Und zwar sehr ordentlich. Der wollte ursprünglich 500.000, weil es ist eine absolute Top-Lage. Ich finde, mit die beste oder vielleicht sogar die allerbeste Lage in Bauphase 3, auch weit weg von dem, was noch vor und hinter dem Ressort gebaut wird. Also da werdet ihr nichts mitkriegen vom Baulernen. Habt einen geilen Blick von oben auf den Pool. Und habt vor allem hinten raus einen freien Blick auf die Berge. Preis, sensationell. Der Bauträger nimmt für wesentlich schlechtere Einheiten in Phase 4, die sehr eng aneinander stehen. 395. Das, wie gesagt, viel bessere Lage. Und auch früher fertig. Nämlich quasi jetzt wird in den nächsten Tagen fertig sein. Könnt ihr direkt schon rein. Für wesentlich weniger Geld. Also super, super Angebot. Gerade aktuell kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wie gesagt, wir wohnen in dem gleichen Penthouse mit ein paar minimalen Änderungen. Ein Stückchen weiter auf der anderen Seite. Dann haben wir das Nebenan. Das ist jetzt die 5. Davor war es die 4. Das ist die 5. Die sind beide nebeneinander. Wenn jemand zwei kaufen will, kann man noch eine Tür reinmachen. Eine Verbindungstür. Das geht natürlich auch. Vielleicht habt ihr besonders liebe Leute, die ihr nebenan haben wollt. Die Eltern rechts, die Kinder links und eine Verbindungstür, die man zumachen kann. Wie auch immer. Also hier hättet ihr noch die Gelegenheit, beide, also die komplette obere Etage zu kaufen und möglicherweise nachträglich zu kombinieren, zu verbinden. Wie auch immer. Oder einfach nette Nachbarn zu haben. Hier, damit ihr es mir glaubt, das ist der offizielle Stand der Dinge vom Bauträger. Also das ist die offizielle Verkaufsliste vom Bauträger. Alle Objekte, die der Bauträger verkauft, sind hier in Phase 4. Von der Lage, wesentlich schlechter als das, was ich euch in Phase 3, in Phase 1 und in Phase 2 und auch in Phase 4 anbieten kann. Ihr seht, alle Gartenapartments hier 325.000. Und die wenigen Penthäuser, die es gibt, es gibt nur noch drei, 395.000. Und die sind hier vorne. Mit ganz eng stehenden Häusern. Macht keinen Spaß, macht keinen Sinn. Also könnt ihr auch über mich gerne kaufen, wenn ihr wollt. Gar keine Frage. Aber ich habe halt viel, viel bessere Resales. Hier, wie gesagt, nur ein paar Beispiele. Ich habe viel mehr. Also wenn jemand Interesse hat an der Resort, schickt uns eine Anfrage. Dann zeigen wir euch alles, was wir gerade im Angebot haben. Und alle, die ich habe, sind wesentlich günstiger als die vom Bauträger. Das waren so die Beispiele, die ich besonders herausstechend finde, was den Preis anbelangt. Zum Beispiel auch hier in Phase 4 habe ich das beste Penthouse mit mehr Blick. Kann man hier nämlich durchgucken. Richtig cool. Mit Blick über die breiteste Phase hier dazwischen. Und das kostet gerade mal 317.000. Und vom Bauträger hier hinten fast 400.000. Und wie gesagt, das hier ist nochmal die 20, da habe ich ja 2, die 21 müsste es sein. Hier die 21 habe ich 2 nebeneinander für nur 300.000. Hier drüben die 14, das ist das für 209, das Gartenapartment. Und hier habe ich noch eins zum Beispiel an der Ecke für 249, glaube ich. Das steht hier gar nicht mehr drauf. Gut, also wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Das sind nur einige Beispiele. Nochmal zusammengefasst. Preise habe ich schon ein paar Mal gesagt. Fertigstellung komplett Ende August diesen Jahres. Dann sind alle vier Phasen fertig. Wir haben sehr viele Facilities. Liste ich jetzt nicht nochmal alle auf. Die Lage ist grandios. Ich liebe das hier. Wir haben genug Infrastruktur. Trotzdem sind wir mitten in der Natur. Also es ist eine geniale Mischung. Es gibt viele Restaurants drumherum. Es gibt verschiedene Beachclubs. Du kannst hier geil Fahrrad fahren. Du kannst toll in die Berge zum Wandern. Und wir haben eben auch durch das, was jetzt drumherum noch passiert, eben den Yachthafen später mal, Supermarkt und verschiedene Eventlocations und diese grüne Lunge, die eben noch dazu kommt. Wenn ihr Interesse habt, meine Nachbarn zu werden, dann meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt an The Resort. Dann schicke ich euch die kompletten Listen. Wie gesagt, ich habe eigentlich alles, was es hier im Resell gibt. Und es sind mega gute Preise. Jetzt ist echt eine mega Gelegenheit, im Resort einzusteigen. Kommt einfach mal vorbei. Schaut es euch an. Ich habe hier zwei Wohnungen in der Vermietung. Könnt ihr entweder da was mieten oder auch von Nachbarn von mir. Und könnt selber das Gefühl bekommen, wie ist es denn, wenn man hier wohnt. Oh, I want to stay right here, right here. Chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. And I need some friends and your minutes into hours. I would walk away from somewhere around the pool. Vielen Dank.